Hey, wir sind heute Abend im Fernsehen! Yay, das ist ja total cool! Und jetzt gehe ich in die Ecke und ruiniere den Take! Haha! Peti Fuhr macht auch mit, toll! Super! Alles Pappnasen! Wie ist das eigentlich sein? Hey, guck mal, das Kissen schreit! Hey, guck mal! Hey, guck mal, das Kissen schreit! Hat das Schmerzen? Ja, es hat Schmerzen! Ihr seid alles Müffelstücke! Ja, was könnt ihr eigentlich? Außer Takes ruinieren! Ich kann essen! Das kannst du gar nicht! Doch! Das tut ihr nicht mit mir, ich kann essen! Ach, Crumble, was ist denn los? Kannst du nicht einmal im Moment ein bisschen sitzen bleiben? Peti Fuhr nur so, das ist mir doch egal! Ja, natürlich ist mir das egal! Ich sehe hübsch aus, das reicht mir! Der Peti Fuhr guckt immer so traurig! Und jetzt schnuppert sie am Po von Crumble! Weißt du, wie belastend das ist? Ach man! Mit Tieren drehen ist so frustrierend! Ich warte jetzt noch auf den Moment, wo die alles zukacken und pissen! Einmal das Set ruinieren! Peti Fuhr küss mich! Küss mich! So! Meinst du, wir kriegen das jetzt hin? Komm, ich setze euch jetzt mal zurück! Komm her! So! Bleib bitte da! Einmal ganz lieb sein und da bleiben! Crumble! Crumble, komm hier! Lass mich in Ruhe! Nein, ich sag das jetzt nicht zu mir selbst! Take 2! Bleib da sitzen! Gut! Take 2! Los! Yay! Wir sind heute Abend im Fernsehen! Yay! Das ist total cool! Und jetzt bring ich wieder den Ding, indem ich dir einfach meinen Hintern zeige! Oh Mann! Komm her! Nein, komm her! Oh Mann! Oh Mann! Komm her Crumble! Ich beschütze dich! Oh, das ist so niedlich! Es ist ein Idiot! Oh! Hallo Peti Fuhr! Geh weg! Oh, du bist so süß, Crumble! Aber wir müssen jetzt das Take! Ich brauche das! Oh Mann! Okay! Das ist doch auch mal schön! Dann wisst ihr, wie das vonstatten geht hinter der Kamera! Crumble ist jetzt am Schlafen! Wenn ihr Glück habt, seht ihr das Original-Video dann heute! Also vor ein paar Tagen dann irgendwann! Und ja! Daumen rauf! Äh! Abonnieren! Vergesst nicht! Wir sind die Müffelstücke! Und guckt auch gerne bei dem Hauptkanal vorbei! Die Meris! Und Crumble setzt jetzt fort, das Take zu ruinieren! Indem sie mir ihren Spoiler-Hintern zeigt! Ernsthaft! Guckt euch dieses Ding an! Das ist total cool! Das ist ein Spoiler-Hintern! Eins, zwei und drei! So! Crumble, dieses Kissen schreibt mich an! Ja! Warum? Ist das sauer oder was? Ich glaube, es hat Schmerzen! Hä? Menschen sind komisch! Mit dem Schweinchen auch! Oh! Das muss man sagen! Der hinter mir guckt ganz komisch! So! Und jetzt gucken alle dieses Kissen an! Viel Spaß! Oh man! Mit Tieren drehen ist so frustrierend! Er schreit immer noch! No! eu míver – ich hab' nicht! Bis zum nächsten Mal! Die nü öğren